Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Tanks im Solo-Modus und auch alleine. Also nicht nur im Solo-Rede-Modus, sondern überhaupt alleine. Und es ist genau 21 Uhr durch, was zu uns besagt. Es ist Freitagabend um 9 und wir werden uns heute mal, habe ich mir so überlegt, mal nur auf die Tier-7-Panzer. Und konzentrieren, die wir, also wir, die ich besitze. Und ich würde sagen, Tier-7, da zähle ich die Krille mit rein, weil die 4er ist und Artis können plus 3 kriegen, also auch in 7er Gefechte kommen. Und deshalb zählen wir die zu 7er dazu. Und wir fangen natürlich mit unserem geliebten, allseits geliebten IS an. Obwohl, wenn ich das mit der Krille so mache, müsste ich hier theoretisch den T-71 ausrechnen, weil der kann ja sogar in verschissen großen Gefechten kommen. In 10er sogar. Durch seinen Scout-Status. So, guck mal, ist ja eine relativ gute Runde. Mal gucken, ob man hier irgendwas reißen kann. Ich werde mich da vorne erstmal in die Ecke stellen, bevor ich zum Cap weiterfahre. Guck mal, guck mal, guck mal mal. Lass mal einen Schluck aus meiner Flasche. So, das Kabel hängt ja schon wieder am Schrank, wie immer. Lass mal befreien. Can you imagine all 14 tanks going same way? Ach so, nee. Ich stelle mich mal in meine geliebte Pose, die ich da vorhin immer habe, hier an der Ecke. Gucken wir mal, was ruckelt ein bisschen. Ich stelle mich hier an die Ecke erstmal. Ich muss mal gucken, was ich hier hinmacht da auf dem Feld noch so abformen könnte. So, jetzt schon wieder drehen. Gucken wir mal. Was haben wir hier so, in die E8? Da drehen wir ein bisschen Crumble. Das ist doch fast Treffen von hier, da verzieht sie am Berg. Ich darf bloß nicht gescoutet werden, aber die Artie hat hier genug Ziele zum Treffen. Jetzt kommt der Crumble wieder. Treffe stehen von hier. Ach nee, leider minimal ein Stück daneben. Oh, ich muss mich auch mal ein bisschen besser hinsetzen. Da ist er, down. So, sind eigentlich genug da. Ich verzeige, ich fahre mal zum Cap. Das ist auch ein Crumble. Also, sie fahre mal. Sind schon auf dem Cap, die Gegners. Die Gegneres. So. Komm, kämpf dich rauf, IS. Komm, komm. Und ich bin schon über 40.000 erfahren beim IS. Was bedeutet, bald habe ich den IS-3. Da brauche ich bloß ein paar Credits. Schon überlegt habe, dem ich den IS behalte. Weil das ein cooler 7er ist, aber es gibt genug 7er. Ich kriege ja genug 7er in nächster Zeit, wenn ich mich dann an meinen Arl setze. An den Arl setze und an den Jumbo setze. Dann kommen mir ordentlich was an 7er nach. Das ist eine deutliche Ansage. Guck mal, hier haben wir Typ 58. Kann ich den Treffen irgendwie? Das wäre nicht kaum zu sehen. Machen wir erst mal ein paar Häuserblatt. Das ist doch der, der auf dem Cap steht. Da steht noch mehr. Natürlich. Natürlich, ihr trefft natürlich mit jedem Schuss irgendwas von mir. Weil ihr im Ball seid. Ja, ihr habt jetzt eine Kette abgeschossen. Kein Strukturschaden ist gut. Komm dort nach. Oh, jetzt der erste Strukturschaden. Ja, ich hätte auch meine Kette abbrüren können. Komischerweise kommt der natürlich durch. Und der Platz. Der Platz. Da, nennst du der dicke Max. Man kann ich den unterstören. Wirkungstreffer. Der fehlt mir gesessen. Ach, wo kriege ich denn die hier auf dem Black Prince, oder? Kann man eigentlich beim Black Prince so richtig scharfen machen. Keine Ahnung. Ach, der dicke Max ist da. Cool. Cool. Ah, das war wirklich ein Noob-Team, was wir als Gehtner hatten. Ich muss schon mal... Das muss ich nochmal sagen. Ah, der hat gesessen. Schade. Hätte ich gerne noch abgeschossen. Das macht die Artie da. Ah, ob ich die wohl noch schaffe, die Artie? Da fährt ordentlich was hin. Oh, das sieht schlecht aus. Und da ist er down. Na, das war doch schon mal ein gutes, erstes Gefecht. Yay! Ordentlich Schaden ausgeteilt und einen Abschluss sogar gemacht. Ist gut. Da gibt es aber fast 1000 EP. Das ist gut. 18.000 Credits. 42.000 habe ich schon. Und 77.000 brauche ich. Das ist ja gar nicht mal so viel. 5.000 noch. Das ist wirklich nicht so viel. So, nehmen wir mal den Panther M10. Mal gucken, was wir damit zureißen können. Und wieder ein 7er-Gefecht. Sehr schön. Sehr schön. Ein 7er-Gefecht. Aber auf einer Scheiß-Karte. Ich suche mir eine Schieß-Scharte. Während ich auf Gegner warte. Und währenddessen in meinem Panzer darte. Oh Gott. Ah, die haben nämlich so eine Dartscheibe mit einem Panzer. Und dann werfen sie mal da drauf. Dann tun sie mal aus. Ausspielen, wer den nächsten Schuss abschießen darf. Schade, mit dem Panzer hätte ich gerne die lange Kanone vom Panzer. Aber sonst ist der eigentlich nicht schlecht. Aber Unterstützung. Nur der Unterstützungspanzer. Nicht schieben. Aha, gut. Gucken wir mal, ob wir sofort was erspähen können. Was da drüben vorbeifährt. Oh, da kommt der Schöner Hellcat. Ich nehm gerade auf. Hä? Ne. Wo hab ich den... Äh, wo hab ich den 900er hergekriegt? Wo hab ich bitte den 900er hergekriegt? 960. Wo hab ich den hergekriegt? Mann, oh Mann, ey. So was könnte ich mit... Da könnte ich mich mit abkotzen. Mario, just drive, drive then and then SOS. Äh. Ach, ich könnte gerade so hier auf meinen Tisch kratzen. Auf die Tastatur direkt. Oder mir selber ins Gesicht, weil ich so beschissen gemacht hab. Keine Ahnung. Ja, das ist wieder scheiße, wenn ich auf meine Tastatur kotzen würde. Da müsste ich wieder alles zwischen den Tasten rauskratzen. Ja, dann nehmen wir mal den T71. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir da etwas reißen können. T71 ist kein Panzer, mit dem man viel Abschlüsse machen kann. Nur, wenn man es wirklich richtig drauf hat. Also, für mich... Ich mach trotzdem viel Erfahrung und viel Kohle, aber ich mach keine Abschlüsse, ich verteil eher den Schaden. Das Gute am T71 ist, dass man fast bei jedem Panzer durchkommt. Weil die Durchdrengung von dieser Kanone ist einfach ziemlich geil. Bald werde ich ihn auch haben. Bald werde ich ihn haben. Habe ich nicht, wollte ich ein gutes Talent zum Singen. Mit meiner Engelsstimme. Nein. Macht nichts. Wer hat es gerade gesagt für euch? Wer hat es gesagt? Komm her. Komm her. Entschuldige dich. Entschuldige Gott. Es ist wirklich gut, dass du dich entschuldigt hast. So. Sturmschwein. Aha, gut. Gucken wir mal, ob wir hier drüben noch etwas treffen können. Ob wir hier hüben auf etwas treffen können. Ja, ich denke, ich warte lieber erst mal hier. Sonst fahre ich gleich wieder mein Verderben. So muss es mal vermeiden. Ich lasse lieber erst mal andere vorfahren. T43, fahre vor. Boah. Na, zum Glück. Jetzt kann ich mitfahren. Ist ja schlecht abgeschossen, ja. Ist nichts irgendwie. Da ist was, ein Komet. Geht. Natürlich mein Hauptgeschütz getroffen. Was sonst? Wo sind meine Teamkollegen? Da kommt mein Ende gefahren. Klasse. So eine Scheiße. Was machen meine Kollegen? Ja, wir stehen alle hinten rum und lassen erst mal die Idioten von der Sicht abfahren. Mittlerweile warten wir hinten, bis alles aufgeklärt ist. Dann kann man von hinten schön Schaden verteilen. Ja, aber wir wollen nämlich keine Eigeninitiative zeigen, um welche aufzuklären. Nein, bloß nicht. Wir warten immer hinten und warten dann am besten noch, bis der gegnerische Panzer erfundert, und dann schön Schuss setzen, damit man schönen Abschuss macht. Ja, so ist es richtig. Ja, bam. Ach, komm, leg mich da am Arsch. Leg mich da am Arsch. Ach, komm. No, no, in die IS. Bauen die IS 3. Ach. Entschuldigung, wenn ich so noobhaft bin. Wollt ihr mal meine absolut immer-en-arty-Künste sehen? Da könnt ihr euch noch was abgucken, ja. Das zeige ich euch mal, wie man richtig verliert mit der Artie. Wieso komme ich mit der Krille in eine Achterrunde? Das verstehe ich jetzt nur wieder überhaupt nicht. Wieso komme ich nicht einfach in eine Siemerrunde wie in der normale Krille? Nee, das muss nur ein Achter sein. Damit man das gleich gar keine Chance hat. Das ist aber auch nicht so, dass wir es ein Achter dann ist. Nein, das ist ein Acht-Achter dann. Ach, Mann, oh Mann, ey. Was ist jetzt wieder los? Typische Freitagabend-Scheiße. Und dann auch noch auf dieser Dreckskarte. Was soll ich da machen? Was soll ich da schon groß ausrichten? Dedele-Dedele-Dem. Legen wir los! Los, wir legen los! Ich hab doch gar keine Artie mit diesem Cross-Air-Mod bespielt. Ah, da krabbelt mein Arm. Oh, 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 oh. So, man muss ja immer sehen. Da, 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 da. Best, du bist doch ja, no, 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 no. Den kann ich doch bestimmt schon ballern. auch nicht kommen wir noch ein Stück rüber das ist eine Map mit eine Schlacht mit für den Messer Schaub hieß danach nach Leider nicht zerwicht wir hier in die S3 Gubber mal haben wir da was treffen hier kann man nicht hinschießen hier dieser KV4 den ich vorhin schon in eine reingedrückt hab den kann ich vielleicht noch mal treffen das ist die Zahn der kleine das ist die Zahn und zieht sich manchmal schneller und manchmal weniger schnell Gubber mal oh Leider knapp daneben können wir mal richtig anziehen so jawohl der hat gesessen cool im KV5 so viel Schaden das macht man mit der Krille sinds ja nie ja du was zähl runter du Nachladezeit äh aber ich bin da leicht daneben ja schön der T52 du kannst die Artis abfahren jawohl schön komm mal hier unten äh den darf ich nicht komm was wir hier haben den IS3 noch kann ich vielleicht noch den einen reinwirken ey was muss ich sagen Auto spielen ist ne ruhige Sache hallo es bleibt doch mal stehen ach Mist in der KV5 steht jetzt der Hoffnung ist er auch mal nicht weiterfährt aber wenn er fährt gleich wenn ich auf einer Sekunde bin fährt er los na los lad nach Quelle siehst du genau wo ich genau wo ich geschossen hab ist er losgefahren oh kann aber auch genau ranzoomen ah kann man genau ziehen wo wir hinschießen ne ob er immer noch da steht hmm was haben wir hier ne der KV4 Mist er könnte doch mal treffen ja mit der Grille habe ich so meine Probleme aber aber irgendwie es wird auch nicht besser mit von Runde zu Runde wird es nicht besser das ist ne konstante Sache schießen wir mal da hin ne war nicht mehr dort ach fährt schon da unten ach neun Schüsse so jetzt kenn ich ihn doch aber mal abschießen das gibt's doch nicht wirklich den letzten Schuss den verfehle ich mit jedem scheiß Panzer wenn ich schon treff mit einem schweren Tanks dann prall der ab oder irgendeine scheiße irgendeine demotivierende Kacke ja toll du hast ne zerstörte bist super super das ist ne super arti ja los ja los jetzt treff ich den aber mal das war klar jawohl 129 ja da war auch schön ein bisschen größer arti das ISO müsste ja noch auf dem Berg stehen das lassen wir noch einen hin ne natürlich nicht verfehlt auch sonst das wäre ja auch ein Wunder wenn ich treffen würde weißt du sowas regt mich auf sowas da kann ich einfach nur heulen oder so ich möchte mein Bett legen und könnte mein Kissen voll heulen solange bis es so nass ist dass ich ach ach ja ja hier hinten kann ich erst hinschießen wir verstecken uns in der Störrad weil wir so cool sind ach ist klar das ist ja ganz hinten an der Spitze vom Kreis hinschießte irgendwie irgendwie habe ich mit keinem Panzer Glück ich habe mit keinem Panzer irgendeinen Glück für irgendwie gut zu werden oder eine gute Statistik zu haben ich bin irgendwie verflucht oder so ja natürlich jetzt wo ich geschossen habe ach mann ach mann wir verstecken uns in der Basis keiner mehr aufgeklärt dann warte mal eine Sekunde warten wir mal warten wir mal warten wir mal warten wir mal ach 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 ja natürlich fährst du los und natürlich habe ich auch keinen Schaden gemacht mit der Arti natürlich keinen Schaden mit der Arti das ist aber Scharrrti oh je das war ein schlechter Wetz jawoll da hat er mal gesessen ja komm verzeih ich mich aus mir her ich habe hier bis noch zwei Schuss wird gleich das ISO von der Seite kommt deshalb das ISO war doch so drüber Berge irgendwie hier ist der Arm X der Arm 100 ja guck mal wieso ich bin wie hier ist denn sie ein Schaden nennt gleich kann ich bloß noch nie überfahren mein letzter Schuss jetzt mein letzter Schuss ich kann da nicht hinschießen jawohl mit meinem letzten Schuss mit meinem letzten Schuss habe ich doch noch eingeholt da freue ich mich das eine meiner wenigen Abschüsse mit der Krille alles das war doch wieder so eine lange Runde ey tut mir leid dass sie so lange dauert aber ich habe zum Schluss noch einen Abschuss gemacht ja ihr wisst gar nicht wie ich mich freue weil das so selten vorkommt mit der ARTI weil ich nicht wirklich der gute ARTI Spieler bin ich meine wir keinen wären so gut aber mit der ARTI erst recht nicht ich habe es schon geschafft mir die Krille freizuspielen das ist doch schon mal was ich habe glaube ich schon 15.000 zur Hummel 40.000 braucht man glaube ich so in der Richtung in der Dreh also was ich gehe cappen habe sowieso nichts mehr zu verlieren nie alle zu gewinnen kann ich eigentlich bloß noch nicht cappen für die Mänen Ferdinand Ferdinand Ehe das Ferdinand ja da kommt das ISO ja ich habe aber einen Porsche Paul mit Schaden ausgeträgt und auch ein Abschluss gemacht oder Mischi macht mit der Krille einen Abschluss auf die Schnelle oder auch nicht auf die Schnelle nein es hat zu lang gedauert aber das macht nix das macht nix mit meiner Engelsstimme äh äh yeah 729 ich zeige euch mal die die Stats von der Krille 920 Abschluss habe ich schon gemacht yeah 16.000 und zum Abschluss machen wir noch nochmal eine Runde yes oder ja wir wollten heute bloß 7 noch spielen und ich glaube die Folge nenne ich die Chlorreichen 7 oh man was ist abge oh jede Seite hat 4 IS cool so eine Runde hatten ich heute noch gar nicht gucken wir mal ob wir da noch was reißen können das ist auf jeden Fall jetzt die letzte Runde für diese Aufnahme drückt mir die Daumen drückt mir die Daumen und esst währenddessen ein paar Pflaumen und lasst es euch schmecken und auch euren Gaumen auf geht's äh man klappt es kaum ja da geht was da geht was da wird was nass oder was etwas im Fass nass ah alle hier links lang los alle Heavys links lang juhu am wenigsten vorn zwei rechts lang einer bleibt hinten stehen verteidigt Tiger ein unwichtiger Mann vorne im Schlachtfeld oder Frau da kommt die Karin und hat sich ein Tiger gefangen dann haben wir jetzt hier in der Wohnstube mit muss man bloß noch ein bisschen abrichten da ist der IS der gegnerische IS da ist der gegnerische Tiger so ein Tiger haben wir uns natürlich gefangen auf Safari so ein Panzer steht jetzt bei uns ja in der Wohnstube rum deine steht da hinten auf dem Sofa also jedenfalls habe ich sie dir da gegeben weg den Tiger in dir oh dear ja natürlich ab wie ich das leiden wie ich das leiden kann das hier wieder weggeschoben alles vorüber natürlich zweimal abgeprallt klar weißt du wenn die ganzen anderen auf mich schießen würden wäre ich längst down und nochmal abgeprallt genau na los kommt irgendwas treffe ich schon ja nochmal abgeprallt am T29 vier Schüsse in der Nacht hier da trifft mich einmal und so wird meine Kette kaputt da trifft mich einmal wieder Kette beschädigt ein Schuss ging irgendwo hin wo er nicht sollte oh wie soll denn das das angeramme ist einfach bis zum Kotzen und abgeprallt jeder Schuss bis jetzt abgeprallt ja wieder super oh scheiß Tiger das habe ich genau Prozent jetzt kannst du auch mal so zielen wie ich das geramme natürlich der T29 schießt einmal auf mich und sofort kaputt das ist wieder lustig ich hab kein kein Schuss ist da irgendwie durchgegangen ne 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 pscht das ist auch scheiße ich glaub ich bin EU 1 zum Kotzen wieder da Prozent mehr nach Mano ne nr Komischerweise sind auf der Seite wo ich war alle weggeform Fünf Schüsse abgelassen hat keiner durchgegangen Das ist doch zum Katzen einfach gelassen Ah ja, guck mal noch das Gefecht bis zum Ende mit an Ja, das zum Beispiel Das ist kein Schuss bei uns durchgegangen weil 5 mehr durchgegangen ist Den T29er geht es gar nicht anders Kein Schuss von ihm geht ein Black Prince durch Nur die Black Prince Schüsse gehen immer durch bei ihm Ob die wohl die gar nicht mehr so gut geschossen sind Und da platzt er natürlich noch Black Prince Ja, sonst Mal sehen, was unsere Coolseider hier macht Tiger Kette repariert, weiter geht's Kette repariert, weiter geht's Jagdpanther Bis meine Flasche hin, hast du dich weggetan? Also Ich hoffe ich aus deiner Flasche trinken, ist aber lieb von dir Sonst müsste ich verdursten hier in unserer Wüste Unser Wohnzimmerwüste Haben ziemlich privat eine Wüste eingebaut und so Unser Thema für unsere Wohnstube war nämlich Wüste Und da haben wir einfach so Drei Kubikmeter Sand geholt Und die haben wir einfach hier hinten reingeschüttet Die Kinder bauen immer Sandbogen dahinter Und dann machen wir manchmal das Fenster auf, dass durch den Wind hier hinten sich eine Düne bildet Ja Ja Da haben wir noch einen Kaktus hier gepflanzt Und der Vater Morgana ist auch schon entstanden Der Vater Morgana ist hier hinten entstanden Da guck ich immer Da sehe ich immer mitten im Raum meine World of Tanks Stats stehen Und die sind extrem gut Und da denke ich immer, juhu, ich bin Brustspieler Aber Die Wahrheit überrascht mich sofort wieder Und dann merke ich auch, es war alles bloß ein Traum Ein Albtraum So 1 zu 13 Juhu Na zum Glück ist da Aber den anderen scheint nicht anders gegangen sein, wenn der durchkommt Was soll man da machen? Kette beschädigt Der Fahrer ist geliefert Die Steuerung reagiert nicht mehr Die Steuerung reagiert nicht mehr Und da platzt er Und somit wurde der letzte Panzer für diese Aufnahme zerstört Juhu, 44, 45 harte Erfahrung Minus 8000, wenn die jetzt Ich glaube, das hätte ich auch noch nie Das war doch noch eine gute Runde zum Schluss Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht Und ich hoffe, ihr guckt das nächste Mal wieder zu, wenn es wieder heißt Abnuben Die 25. Klappe Action Ich wünsche euch einen schönen Abend Tschüss, bis zum nächsten Mal Euer Mischi von KamiLP Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mischi von KamiLP Ja 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 Ich wünsche euch mal Ich wünsche euch mal die Runde